Yo Leute, Brandy hier und es ist Let's Learn Zerg Time, Folge 16 müsste das jetzt sein und ja, ich hab folglich ein paar Fortschritte jetzt wieder gemacht, was die Okko-Videos angeht, muss ich sagen. Ich habe mir Okko-Video 1, äh, 1 bis, sag ich schon, ähm, Klasse 3 vollkommen angeschaut, ähm, ja, jetzt bin ich in Richtung Klasse, also ich bin jetzt schon in Klasse 4, hab mir da noch kein Video angeschaut, muss ich sagen, ich wollte nämlich jetzt erstmal noch ein paar Matches machen mit dem, was in Klasse 3 war, komplett, und das wird dann jetzt so 2, 3, 4, 5 Folgen sein, und das bedeutet, alle Folgen, die wir heute aufnehmen, gehören quasi dazu. Ja, ihr habt ja richtig gehört, meine Freunde. Alles, was wir heute lernen, wird quasi Stoff der neuen, äh, ist quasi Stoff der neuen Okko-Videos. Zack, zack, und zwar, äh, geht es darum, dass wir in der 3. Klasse gelernt haben, dass wenn der Gegner eine Base mehr hat als wir, äh, beziehungsweise eine Base nimmt, dass wir eine Base mehr haben als der Gegner, das bedeutet, wir nehmen uns eine 3. Klasse, wenn der Gegner sich eine 2. nimmt. Die 2. Sache ist der Suicide-Overlord, dass wir quasi bei Minute 7 oder 8, ähm, mit unserem Overlord reinfliegen, um zu scouten, was der so macht, der gute Mann. Und, äh, die 3. Sache ist das Creep-Spreadn, und die 4. Sache ist ganz einfach, dass wir einfach merken, wann sind unsere Grenzen erreicht, ähm, wann spielen wir weiter, also psychologiemäßig. So, und all dies versuchen wir jetzt in den nächsten 5-6 Folgen, vielleicht auch nur 2-3, wenn's optimal läuft alles, äh, umzusetzen. Und, ja, er hat gesehen, 15 Hedge, 15 Pool, wollte er eigentlich die 9, aber hat er jetzt nicht ganz hinbekommen. Ist nicht schlimm, mein Freund. So, wir brauchen jetzt einen Overlord, damit wir mal sehen, wenn Lingeleien kommen. So, jetzt bin ich gespannt, ob unser Gegner denn schon eine Echse sich gekrallt hat. So, wir müssen mal herfliegen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt. Ja, er hat auch Pool First gespielt, aber ich bin, äh, ne, er hat sich später genommen, wie wir die Echse. Wir bauen uns jetzt schon mal eine Queen und einen Sicherheitscrawler und warten auf unsere 2 Paar, äh, Linge, die wir bauen. Genau. Ich hab irgendwie so das Gefühl, das könnte böse ausgehen und nochmal noch einen Sicherheitscrawler hinbauen. Sicher ist sicher, ihr wisst das doch. Wir bauen weitere, äh, Sings. Zack, äh, ne, der Ding darf ruhig dahin gehen. Zack, eins. Zack, zwei. Und einer geht dahin. Und der dritte geht dahin. Zack, 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 zack. So. Und wir gehen runter. Nehmen natürlich alles mit, was wir hier bekommen. Haben wir schon, hat unser Gegner sich schon entschieden, was er macht. Ich hab die Overlords verpennt, natürlich. Gut, dann haben wir hier was. Da haben wir ein Circling gehabt. Hat er schon die Base bedrohend. Da sind Speedlinge unterwegs. Mhm. Speedlinge also. Blocken wir mal mit unserer, ja, das war genau das, was ich eben nicht erreichen wollte, das passiert. Ja. Jetzt laufen Speedlinge in unsere Base. Weil die so gut wie gar kein Damage machen. So, und wir drohnen ganz normal weiter. Ohne irgendwelche Gedanken zu machen. Und Queens Hole, bitte. Zack, 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 zack. Ja, das ist alles kein Stress. Äh, wir brauchen hier auf jeden Fall Drohnen. Eins, zwei noch. Und runter mit den Rest. Wir haben jetzt schon einiges verloren, muss man leider sagen. Aber, wir haben hier unsere Queens. Machen wir mal. Probieren wir es einfach mal auf gut Glück. Vielleicht kriegen wir das ja hin. So, machen wir mal eine Queen da hin, die andere da hin. Jawohl, blockiert die Rampe. Jetzt halt. So, und wir nehmen unser Gas. Die platzieren wir noch weiter unten. Beziehungsweise wir machen mal hier ein Creep Tumor hin. Und wir machen so. Natürlich brauchen wir mehr Overlords. Wir machen hier eine kleine Wall. Und haben dann quasi unsere Und wir brauchen auf jeden Fall neue Drohnen. Zack, 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 zack. 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 So, und weiter Drohnen. Das ist jetzt ganz wichtig. Dass wir weiter Drohnen. Süpe-düpe. Wo ist süpe-düpe-sherb? Da kommt ein Link. Der kommt nicht weit. Ob sie will oder nicht. Oder er will oder nicht. Äh, das ist halt etwas suboptimal, meine Freund. Moment. Nochmal machen wir auch mal ein paar... Äh, ein paar Overlords. Die Queen können wir ja schon mal hier hinstellen. So. Machen wir. Jawohl, was macht er da jetzt? Habe ich kein Problem mit. Dann gehen wir mal Suicide. Wir brauchen auf jeden Fall noch Drohnen hier unten. Upgrades. Machen wir die mal weg, die Linke. Die gehen wir auf die Nüsse. Schauen wir mal, ob der Gegner sich eine dritte Base genommen hat. Wir haben uns die Linke schnappt. Die Steine muss er mir noch nicht, äh, wegnehmen. Sagen wir es mal so. Zack. Zack. Kann ich das transfusen? Nein, natürlich nichts. Eine dritte Base hat sich der Gegner noch nicht gekrallt. Sobald das leer durch ist, bauen wir uns... Nein! So, dann machen wir mal das mal Sö. Machen wir unseren Scouting-Trupp quasi. Den schicken wir mal los. G. Zack. Zack. Machen wir mal hier zwei Overs hier. Und... Roaches. Roaches. Super, Makro. Okay. Dann machen wir unseren Linke erstmal fertig. Du gehst bitte mal so durch die Base. Und checkst mal aus, was es so gibt hier. Okay. 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 Haben wir nichts besonderes gefunden. Alles klar. Zack. Zack. Und... Zack. Das müsste eigentlich machbar sein hier. Und weg mit uns. Ja, mein... Wir nehmen uns mal eine dritte Base und saturieren die mal. Und rein mit uns. Tja, das ist etwas blöd für ihn jetzt diesmal, weil diesmal schafft er es nicht, denke ich mal. Und wir gehen uns mal zurückziehen. Bis wir alles haben, was wir brauchen. Wir werden jetzt einmal Max spielen. Also Max Supply meine ich. Zack, zack, zack. Alles zurück bitte. Und zack, zack. Creeps brennen wir natürlich auch ein bisschen. So, und die dritte Base nehmen wir uns auch ein. Die bleiben alle hier, bitte. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Äh, wir könnten natürlich ein paar unserer... ...Dinger da rüber versetzen. Unsere Roaches natürlich dahin schicken. Damit wir auf jeden Fall mal gewappnet sind. Äh, unsere Drohnen sind... Äh, hier. Ah, genau, jetzt hat... Jetzt haben wir genug. Zack. Wir müssen auf jeden Fall weiter aufpassen, was unser Gegner macht. Und den Creeps brennen. Das ist schon wichtig. Und wir schicken mal ein... Oh, was ist hier los, um abzuchecken, was da so läuft. So, zack. A und C. Zack, zack. Eine Cream bitte noch dahin. Die Injected hier. Da kommen Roaches, Roaches, Roaches. Ja, mei, eine Cream wird nichts machen. So viele Larven, nichts ausgenutzt. Tja. Muss man leider bestrafen. Zack, zack, zack. Ja, Versorgungs-Nimit erreicht. Und rein da. Wir fliegen rein. Beziehungsweise laufen jetzt mal rein. Sagen wir es mal so. Wir treffen uns erstmal hier. Und das dürfte es gewesen sein. Laufen mal hoch. Und das war's. Das kann er niemals im Leben halten. Jawohl. Da sehen wir es auch. Hat mit seinem Geld leider nicht... Ähm... Hat sein Geld nicht gut ausgegeben, muss man leider sagen. Ähm... Wir hatten ein paar kleinere Probleme. Ist leider so. Aber das passiert nun mal. Er hat sein Geld halt überhaupt nicht ausgegeben. Das war sein größtes Problem. Er hat halt unendlich viele Maden, wollte ich schon sagen. Äh, äh, Larven hier. Hat sich sogar eine... Makro-Hedge gebaut, was richtig ist. Was wir halt nicht getan haben. Infestation-Fitter hat sogar getaggt noch weiter. Aber... Das kann er nicht gewinnen, so. Dafür spielen wir das einfach zu solide runter, muss ich sagen. Beziehungsweise das heißt solide. Ist jetzt nicht schlecht, was wir gespielt haben. Äh... Geht aber auch jeden Fall noch besser. Habe ich so das Gefühl. Deswegen... Sehen wir uns, ähm... Einfach mal an, was im nächsten Spiel so passiert. Ich hoffe, wir kriegen keinen Cheese ab. Muss ich ehrlich gestehen. Darauf hoffe ich jetzt am allermeisten. Einen Cheese jetzt abzubekommen. Das wäre jetzt... Ähm... Nja. Finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Wenn ich jetzt einen abbekommen würde. Ex-Gold-Diamond-Spieler. Gut, haben wir den bearbeitet. Ja, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau sim.